Bellender Bürgermeister. Golden Retriever Max III. ist Chef von Idlewhite in Kalifornien. Die 3000-Einwohner-Gemeinde hatte keinen eigenen Bürgermeister, also haben sie den Hund gewählt. Gemeindechef Max hat eine persönliche Assistentin und dreimal die Woche öffentliche Auftritte in der Stadt. Die Menschen in Idlewhite sind so zufrieden mit ihrem süßen Bürgermeister, dass sie die Wahlen abgeschafft haben. Max soll für immer im Amt bleiben als ...